Nicht gedroppt. Oh, Mann. Die hat eine 50% Chance, das zu droppen. Ja. Das ist schon traurig, dass ich 3 geklickt habe. Im Expert Mode ist es 100%. Ja, dann ab in den Expert Mode. Eine andere Welt, ab in den Expert Mode. Ja. Hä, wo ist das ganze Wasser hin? Das ist rot. Weil Blood Moon ist. Ja, aber... Hä? Ich weiß gar nicht, ob ich die Obsidian habe. Keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin. Aua. Man braucht immer nur ein Blöckchen dafür. Ah, ich bin gleich da. Ha. Ich mal hier. Au! Kackwurm. Ich habe mehr Wasser runtergelassen. Keine Ahnung, wo das alles hin ist. Das braucht ein bisschen. Du brauchst eine Zeit. Ne, das ist ja alles. Ich bin ja damit runtergekommen. Ach so. Also ich habe jetzt 46. Ich glaube das reicht. Ich habe 14. Ich glaube hier oben waren auch irgendwo noch so Obsidian Stellen. Ah, Hellstorm. Dann muss ich das ja auch Hellforge machen. Wo hast du die denn jetzt hingestellt? Ach, da unten. Ja, weil die dasselbe macht wie der normale Ofen. Da habe ich den normalen Ofen weggemacht. Ja. Oh, immer noch zu wenig Obsidian. Aber ich habe jetzt 46 Hellstone Bars. Wo ist der Amboss? Ach so, ich brauche den Amboss für die Rüstung gar nicht. Der Amboss steht da. 15, 35, ich kann sie bauen. 45 brauchst du für eine Rüstung. Oh, so wenig ne? Ja. Nur trotzdem noch ein bisschen Obsidian. Ja, ich habe nichts mehr. Du müsstest eh noch holen. So. Und jetzt gucke ich mal, was die äh... Erstmals Blood Moon, das kotzt mich grad voll an, weil die Monster hier hinkommen. Ja, das ist immer, wenn man es nicht gebrauchen kann. So, jetzt ziehe ich die an. Ich muss hier grad mal ein bisschen basteln. Mit Lava und Wasser sich vereinigen können. 17% extra Millidamage macht die. Okay. Ah, ja. Will ich jetzt nicht unbedingt. Na ja, und 32 Verteidigung habe ich jetzt. Okay, ich habe 22. 22. Ja. Also lohnt sich schon. Aber ich verbrauche jetzt halt Mana beim Pew Pew. Aber ich benutze das Pew Pew eigentlich recht selten, Nono. Ich habe halt jetzt die ganze Zeit den Bienenbogen benutzt. Superior Zombie Arm. Okay, hatte ich ja schon mal. Ach Leute. Was soll das denn hier? Ihr wisst doch, dass ihr alle One-Hit seid. Oh Mann. Duptidoo. Yay. Raincoat Zombie Banner. Wow. Ich bin stolz auf uns. Oder auf dich. Ja. Den hat noch keiner von uns. Nee. Was habe ich da für ein Buff? Dreads Blessing. Okay. Ups. Die Lava weiß nicht, was sie tun soll. Die weiß nicht, wo sie hin muss. Soll ich noch ein bisschen Wasser runterlassen? Ähm. Nö, nö. Ich habe hier so eine andere Stelle, wo so ein riesen Lavabecken neben einem, äh, riesen Wasserbecken ist und da. Hier gerade ein bisschen. Und was machst du jetzt? Willst du jetzt den Bogen bauen oder was? Nö, habe ich ja schon. Ich weiß noch nicht, ob ich den so geil finde, weil er keine Bienen. Aber. Dann müssen wir uns jetzt daran machen, dass wir mal, äh, Dings machen. Weiß nicht, vielleicht braucht man Obsidian dafür noch irgendwas. Wer weiß. Plattform. Äh, ja. Die willst du aber auch Steinen bauen, oder? Ähm. Ja, weil sonst die Monster immer hochkommen. Ja. Ach. Stimmt. Was möchtest du? Das möchte ich, glaube ich. Äh, Eros im Müll, Linsen im Müll. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Könnt ihr die Tür nicht wenigstens zulassen? Meine Fresse! Oh. Wo kommen denn hier die Klamotten hin? Da. Warum sind die Raincoats nicht bei den Klamotten? Weil die, äh, tatsächlich Verteidigung machen. Oh Gott. Also sind sie Equipable. Also sind sie Rüstung. Sie sind Rüstung? Ja. Oh mein Gott. Aua! Ich hab halt alles, was Verteidigung macht, äh, in Rüstung getan. Und alles, was Vanity drunter stehen hat, in, äh, Klamotten. So. Das ist das Hellstorm. Das ist Magie. Simsalabim. 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 Ich hab ein Lava-Slime-Banner, ich hab noch Granitblöcke. Au. Au. Ach, du bist das. Okay. Ich dachte jetzt schon, wer steht denn da? Ja. Ja. Wenn du das nur bist. Dann fällt grad auf. Ich hab Kopfhörer an, aber den Ton aus. Das ist, äh, sehr schlau. Du bist sehr sinnfrei. Ich bin sehr klug. Okay. Du bist verdammt sinnfrei. Ich bin so klug. Ich bin stolz auf dich. Jetzt haben wir keinen Hellstone mehr, oder was? Doch, ich hab noch ein bisschen was da in der, ich hab hier, müsstest du nur Obsidian machen. Ich hab, ich hab Obsidian da reingetan. Ich dachte nur, weil ich jetzt so viel Obsidian noch geholt hab. Ja, ist doch gut. Dann brauchen wir's halt später noch. Ja. Aus Hellstone kannst du später bestimmt noch mehr machen. Glaub nicht. Ich bin mir ziemlich sicher nicht. Aber egal. 347 Demon Eyes sind hier. Das ist schön. Alter. Ui. WTF. Durch die Gegend drin und Quickstack smashen. Wo sind die Bomben drin? Das ist deine Ordnung. Warum bin ich eigentlich hier für alles verantwortlich? Weil du immer alles umsortierst und denkst, oh, das muss da hin. Oh no. Vielleicht packe ich ja auch das da hin. Und dann komm ich, wo hast du's hingepackt? Da und da hin. Das ist das und das. Und das gehört da auch rein. Dann tue ich's jetzt, obwohl's eigentlich nicht da rein gehört. Es gehört doch so bestimmt zu... Alter, Bomben hast du doch bestimmt zu... Krimskram. Ist das ein Bomben? Ja, ein Krimskram ist so einiges drin. Was ich sortieren sollte, aber wozu ich zuvor bin. Oh Gott, haben wir viele... Eigentlich sind Bomben Wurfgebimms. Nein, eben nicht. Doch. Weil die keinen Throwing Damage machen. Die sind consumable. Und bei den anderen Wurfgebimms liegen... Siehste? Das meine ich. Ich würd's danach sortieren mit... Nach dem, was man damit macht. Warum ist das hier so hell geworden? Ach, weil's Tag wird. Why not? Weil Tag. Weil der Blood Moon ist doch noch rising. The Blood Moon is rising. Möchtest du so'n Shadow Orb eigentlich haben? Nö, ich hab'n Herz. Nö, ich hab'n Herz. Ich hab'n Herz. Ich hab'n Herz. Das will ich mit nem' Orb, wenn ich schon'n Herz hab. Ein Orb kannst du besser färben. Yolan. Ich will's aber nicht färben. Ich hab'n grünes Herz. Das ist gesund. Als ob du nicht alles färben willst. Vielleicht will ich das aber nicht färben. Ich möchte dieses spezifische Ding nicht färben. Kannst du auch mal respektieren hier. Ich werd' beinahe mein Imster verkauft. Okay? Alles gut. Warum hast du... Was denn? Hab' ich dir etwa was zugeworfen? Mhm. Du kannst jetzt übrigens, wenn du Lust hast. Nein. Dein Tsunami oder dein Blizzard in den Ballon stecken. Und dann kannst du jetzt den Horsschuh dranhängen. Und dann hast du ein... Was gespart. Ein... Ein Slot. Oh, dann kann ich noch ein Slot. Ein Slot hast du dann frei. Oh, ich kann meinen Horsschuh... Also der Regenbogen an den Horsschuh. Den Regenbogen an den Horsschuh. Wo war's? Den Ballon. Was zur Hölle? Den Ballon. Erstmal die Bottle in den Ballon stopfen. Und dann den Horsschuh dranhängen. Dann werfe mir den Ballon zu. Hol'n dir selber. Wo ist der denn? In... More... Eclipsables. Goddammit ey. Weißt du alles was ich... Ähm... Hier packe ich jetzt diesen Ring rein. Welchen Ring? Den einen. Den einen. Sie zu knechten und so. Da hab' ich noch Pew Pew. Was für'n Ring jetzt mal im Ernst? Den der Mann 20 Mana gibt. Achso. Magic Damage. Magic Damage. Magic Damage. Okay, das ist Simsalabim. Gibt's so viel Magic Damage Zeug. Hier packe ich Money rein. Alter, wie viele Puppen wir schon haben, ne? Einige, ja. Ich weiß ja nicht, was die Wall of Flash schon droppen kann. Oh, ich kann das Auge noch fünfmal machen. Ja. Alles kann ich für'n Hartmode aufbewahren. Schöne Freizeitbeschäftigung. Das ist aber das Same Shit im Hartmode, oder nicht? Aber der droppt auch bestimmt anderes Zeug. Nicht, dass ich wüsste. Okay, machen wir das mal. Ich hab' übrigens... Äh... Ich weiß gar nicht, wie man die ersten Hartmode-Poste nochmal bekommt. Schwört. Und? Ich hab's extra nachgeguckt. Ich hab's schon wieder vergessen. Rain. Hey. Muss ich das Zeug ja nicht ausziehen, um es so weiter zu verarbeiten? Ja. Das ist voll nervig. Ja. Wenn ich das mal so sagen darf. Also Lucky Horseshoe und den Ballon. Nein! Hörst du mir überhaupt zu? Äh, die Bottle und den Ballon. Ja. Dann mach' ich einen Blizzard in den Ballon. Ja. Do it. Oh, Tsunami geht nicht. Tsunami geht glaube ich nur mit dem Ballon, den ich hier hab. Das ist so ein anderer. Das ist ein Pufferfisch-Ballon. Das ist so ein... Jetzt kann ich auch einen White Horseshoe-Ballon machen. Ja. Crazy. Ja. Jetzt... Das ist ein Pinguin vom Himmel gefallen. Das ist vor der Tokyo. Wieso, wieso fallen Pinguine vom Himmel? Was hast du da oben gemacht? Ist das Schnee? Ich hab nix gemacht. Warum ist... Warum? Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Warum... Ist das hier Schnee? Das sind Wolken. Warum spawnen... Warum ist hier... Hier oben ist aber Eis? Das liegt nicht am Eis. Das liegt an dem bisschen Schnee, was da ist, was diese... Plattform da beschützt. Da, hier. Was? Da dran liegt das. Im Fettelchen Schnee. Keine Pinguine vom Himmel. Ständig hast du die Mistviecher im Haus. Ich muss da oben halt mein neues Gewächshaus errichten. Ja, jetzt hab ich ein Slot frei für mehr Eclipse. Bloß packe ich nichts rein. Ja, dann musst du was reinpacken. I don't know. Grants Immunity to Knockback? Das kannst du auch mit dem Obsidian Skull verbinden. Ähm... Dann hast du... Weiß nicht... Dann macht's auch Immunen. Das ist alles bei mir schon in den Schuhen drin. Du kannst dir einen neuen machen und es trotzdem machen. Ne. Ne. Ähm... Möchte ich mal Mana? Ne. Ich möchte dich noch ein Blizzard in der Bottle. Kannst du auch machen. Kann ich noch mehr springen. Ja. Weiß nicht, ich hab schon den derbsten Shit und sie hatten nicht mal einen Lucky Horseshoe. Äh... Jep. Aber dafür hab ich zwei Ballons an. Was haben wir denn da noch so? Oh, der Frosch... Oh... 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 Warte... Du hast doch einen Horseshoe. Was willst du denn... Der Frosch macht doch höher springen. Achso, der macht auch irgendwas mit Auto-Jumpen. Ne, ich weiß nicht, was das ist. Holy Shit, kommst du jetzt hoch. Und ich wär tot. Ich kann Space drücken. Und hüpf dann so die ganze Zeit. Achso! Lol. Hey. 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 Okay. Das ist wichtig, dass du Space drücken kannst und dann so hüpfen. Guck mal, ich komm jetzt so hoch. Warte. Zack. 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 Nyaaaaau. Pff. Ne. Pff. Ich wär tot. Ich wär tot. Ich wär tot. Hüpf. Oh. Hab gepupst. Ich hab irgendwie mein... Weiß? Achso. Scharpens. Oh. Hab ich das Ding eingetatscht? Wo ist mein Mount? Ja, wir haben hier auch so ne Schärfermach-Station. Das heißt? Kannst du rechts klicken. Ich kann mein Mount hier nicht... Hier kann ich mein Mount nicht beschwören, weil's zu voll ist. Zu fett ist. Boing. Was kann ich damit machen? Rechts klicken. Und dann? Rechts sind buff. Uh. Such buffy things. Melee weapons have armor penetration. Awesome. Awesome. Ähm. Awesome shit. So, gehen wir jetzt runter und bauen die Plattform oder was? Ja, machen wir weiter. Ich will noch was aufhängen. Hier den hier. So. Das ist vom Eater of the Royals. Schön. Find ich auch. Steine mitnehmen. Klang, 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 klang. Ich mag das Geräusch, was das macht. So, ich hab jetzt 2 999 Steine Stacks. Das muss reichen, oder? Äh, ich nehm an. Ich komm mit. Oh nein! Was jetzt? Bilder-Potion. Oh, du... Pfff... Du kannst doch noch... Ich hab da sowas gebastelt. Das ist auch bei Equipcibles drin. Das ist... Goddammit. Was denn? Ähm... Ich warte, ich hol's dir. Ich bin noch da. Ja, ich weiß aber nicht, wie es heißt deshalb. Wieso? Ich hab doch jetzt alles voll. Hier. Ja, nur fürs Bauen. Gizmo Pack. Increased Tile and Wall Placement Speed Reach. Okay. Jetzt nur fürs Bauen halt. Oder soll ich bauen? Ich baue schon. Ich wollte aber jetzt noch Drinks mitnehmen hier. Und zwar... Ja, aber stirbst du auch. Es war so klar, dass das passieren würde. Du hast so viel Gold verloren. 40 Silber oder so. Oh, ein Teleportation Potion. Ich liebe die Dinger. Einfach random irgendwo hin. Äh... Bilder-Potion. Ja, du kannst dir den Weg frei bauen. Und ich kann... Ich hasse diesen Aufzug, ey. Es ist... Oh, reduce this enemy aggression. Den nehmen wir doch mal mit. Ich hasse diesen Halloween. Der ist so tödlich. Was ist diese Bullshit? Woran hängst du denn immer? Überall sind da Kanten. Was ist mit diesen Kanten überall? Hier ist keine Kante. Guck, ich vergraben. Ja. Das sind überall Kanten. Überall sind Kanten. Wenn deine Kante über wird mein Schleim jetzt festhängen. Mein Schleim ist fetter als du. Du bist fetter als ich. War auch auf dem Schleim. Das war ja das Problem. Ja, dann springe und halte ich am... Oh. Oh Gott. Gut, dass der Schleim auf Lava laufen kann. Ich bleib jetzt einfach am Scheiß... Seil hängen. Seil scheiße. Ja. Soll ich auf dich warten? Ich warte auf dich. Mein Geld ist, glaub ich, den Aufzug runtergefallen. Dein Geld ist den Aufzug runtergefallen? Das lag jedenfalls nicht bei meinem Grabstein. Moment. Nee. Hm. Dann ist es weg. Nein. Wie viel war das? Zweimal... 25 Silber oder 40 oder so. Ah, süß. Das ist schon fast ein Gold. Selbst ein Gold wär nicht schlimm. Oh. Das war ein bisschen weit. Nicht schlimm. Auf welcher Höhe bauen wir denn? Na, es ist ne gute Frage. Ja, so dass wir noch hier so springen können und so, ne? Was? Nicht die ganze Zeit den Kopf anstoßen. Das ist so awesome. Wiii! Oh nein! Oh, du bist schneller. Aha! Nyaaau! Oh Gott! Ohhh! Jaaau! Ich überhole dich noch! Nein! Niemals! Eh! Du bei mir rumlegst. Ja, du bei mir auch. Oh nein. Du bei mir auch. Das ist immer so frustrierend, wenn man irgendwo hängen bleibt und dann die Geschwindigkeit wieder runter ist. Die große Vorbereitung für eine Wand. Für eine Wand. Für eine Wand aus Fleisch. Die einzig wahre Wand. Warum ist da unten Seile platziert worden? Oh, hier kommt man ja gar nicht durch. Ja, das ist so eine Stelle des Kackel. Es wäre ziemlich tödlich. Sind hier unten noch Kisten? Ich guck mal schnell. Ach, ich komm hier nicht rein. Nee. Ah, ihr fucking Ims. Ich bin da oben durch die Tür gegangen. Deswegen. Ich bin hier ja schon mal durchgegangen. Hier ist eine Wand in der... Wand in der Loch, ja. Ein Loch in der Wand. Hier, hier mal ein bisschen... mehr Löcher. Mehr Löcher. Mehr Löcher. Gott, diese Ims sind so praktisch. Hui. Wo ist hier das Loch in der Wand? Hier gibt es keins von. Es muss überall Rechte geben. Ich bin ja schon mal durchgegangen. Gott, der Weg ist ja ganz schön weit. Ja. Was meinst du, bis wollen wir da so eine Plattform brauchen? Ich weiß nicht. Ich habe es schon ewig lange gesehen in Videos. immer bei anderen. Hallo, Wecker. Es kommt halt darauf an, wie schnell wir das Viech töten können. Moment. Beschütze mich. Das ist jetzt aber... Was? Hau. Jetzt ist er mich alleine. Das ist doch so scurry... Scurry. Scurry und spooky. Was? Scurry und spooky. Es sind keine Gegner gekommen, Momohomo. Weil ich die Corming Potion genommen habe. Achso. Ich reduziere Enemy Aggression. You do that. You do that. Dazu tue ich das noch für zwei Minuten. Das ist schön. Ja. Ich habe davon alle mitgenommen, die wir haben. Aber manche sind halt auch noch Gegner da. Ui. Es wäre ja ziemlich langweilig, wenn gar keine mehr da wären. Also, das geht ja nicht. Das ist ja so ein Schutz bei Pokémon hier. Hups. Da oben ist Dschungel. Hier kannst du dich in den Dschungel hochgucken. Wo auch immer das Skelett herkam, ist es auf jeden Fall in die Lava gefallen. Wann ist denn hier mal Ende? Ja. Kannst du immer auf die Map gucken. Goddammit. Ach nee, du hast die Map ja noch gar nicht. Ähm, ist noch ein Stück. Nein. Guck. Da bist du. Da ist das Ende. Oh Gott. Wollen wir wirklich am Ende anfangen? Können wir hier anfangen? Ist das wirklich nötig? Da, wo du jetzt bist halt. Ah, aber ich will mal zum Ende gar nicht sagen. Aber hier ist ganz viel Platz halt, keine Gebäude. Hier hatten wir wenig Stress am Anfang. Hier so die ganze Zeit jetzt auch. Ja, eben, meine ich ja. Und in der Mitte, je weiter du in die Mitte kommst, umso mehr Gebäude hast du. Stimmt. Was? Was bist du? Was denn? Oh, es war ein Pott? Okay. Was bist du? Es sah wirklich aus. Es sah aus, als wäre da ein Männchen in der Lava stecken. Tell me what you want, what you really, really want. Ende. Hui. Verdammt. Kein Mana. Kein Mana? Wofür? Kein Mana. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen hier oben an. Hier auf der Höhe hier. Hier. Aber da müssen wir uns hier durchbuddeln. Warum willst du da unten anfangen? Ja, wobei. Na gut. Oh, ein Buch. Intense Demon Sky. Oh. Magic Damage. Man kann das hier ein bisschen runter machen. Guck mal, ich kann das auch. Langweiler. Nachmacher. Impersonator. Impersonator. So soll ich machen? Wow, kann ich jetzt krass bauen. Äh, andere Richtung, ne? Ich weiß. Alter. Guck mal, wie schnell er ist. Guck mal, als ob ich fappe. Ja. Das habe ich gut gemacht, ne? Mit dem, mit dem Architektur Package. Ich habe den Bildersportion dazu getrunken. Ups, warum habe ich das hier weggemacht? Keine Ahnung. Wer weiß. Mach es wieder hin. Oh, oh. Alter. Alter. Oh Gott, muss ich das jetzt ruhig halten? Ich mache dann, oh. Dieser scheiß Smart Cursor, ne? Manchmal macht der eben nur Probleme. Oh. Muss ich das hier alles wegbauen? Die Lava muss weg. Das ganze Eiland da muss weg. Ey. Kusch dich. Alter. Goddammit. Ah, Gott. Gut, dass die Impster hingeschossen haben. Weiterbauen. Weiterbauen. Ach, geht nicht in die Lava. Bin schon dabei. Nein. Weg da. Der, eine Block, der stört mich. Der muss weg. Nein. Lass es doch. Hä? Lass es doch. Ah, die Coming Portion ist weg. Warte, ich trinke sie wieder. So. Teams. Du bringst mich aus dem Baukonzept, du scheiß Vieh. Hier musst du mal eine Lücke schließen. Oder lass sie so. Nein. Niemals. Ja, weiß ich. Hier können wir doch theoretischer drüber hüpfen, ne? So, hier müssen wir das doch nicht gerade bauen, oder? Hm, ja. Scheiß drauf, so. So genau müssen wir es glaube ich nicht machen. Ich mache es ein bisschen flacher. Ach, shit. Aber durchziehen kann ich nicht. Ich laufe immer zu schnell wie in den Hermesboot. Sie die Boots ausziehen. Was ist die? Ich hoffe, die waren das. Oh, du Mistvieh. Du hast alles zerstört. Auch noch eine gute Doll. Ey, ein Wurm. Wie der Wurm nicht kommt. Ah, jetzt kommt er. Shit, nicht tot. Das heißt, der kommt nochmal. Da ist er. Okay. Wo bist du? Ach, ich verschöner hier einen vollkommen unwichtigen Hügel. Hauptsache du hast was zu tun. Ja. Dann bin ich gegen einen Feuerimpf gelaufen. Also kümmerst du dich um die Berge, über die ich einfach drüber hüpfe. Ich habe es nur ein bisschen flacher gemacht. Kannst du dich auch wieder machen. Oh. Oh nein. Moment, da oben muss ich jetzt erstmal Lava rauslassen. Oh nein, ich habe meine Boots ausgezogen. Ich kam nicht so hoch, wie ich wollte. So. Oh, Fackel. Ach nee. Obwohl. Braucht man die hier? Ich meine, das ist ja über Lava, ne? Ich weiß nicht, ob das Lichtlevel bringt, das was bei Monstern? Ist das Lichtlevel hier wichtig? Spawn die dann eher? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist egal. Ist das wie bei Minecraft? Na. Ich weiß nicht. Kack, Fledermaus. Musst es natürlich noch über den Stein kommen, ne? Wie der Bilderspausch in zwölf Minuten hält oder länger. Ja, ist doch gut. Der Feuerschlander. Nein, sperre mich nicht ein. Warum lachst du? Weil ich jetzt, äh, erst wollte ich den Hügel auch nur ein bisschen flacher machen, aber jetzt mache ich ihn ganz weg. Oh mein Gott, Impat hat gerade, äh, einen Wurben gewonshottet. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Weißt du, was ich doof finde? Mhm. Dass man Lava nicht, äh, zubauen kann. Also so Wasser und Lava. Wie? Ja, dass das immer, also dass wenn da Lava ist. Achso, ja, die verschwindet dann nicht. Nee, du kannst einfach nichts drauf bauen. Gott, damit. Finde ich total ätzend. Okay. Wie weit bist du denn jetzt schon, wenn ich hier noch rumge-purpee-derpt hab? Hm. Was denn? Ich weiß nicht, wie lange wir das machen müssen. Ich weiß es nicht, ich hab die noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht, stell dir vor. Du guckst Videos dazu, du kannst das eher sagen. Ja, und es waren aber Export-Mode-Videos. Es ist kein... Kann ich nicht einschätzen. Hast du jetzt jeden Hügel, den ich so gemacht habe? Einfach rücklacher gemacht. Ich glaub, ich geh zurück gemacht, den anderen auch noch ganz flach, weil es stört mich jetzt gerade ein bisschen. Hast du einen übersprungen? Ja, ich hab den ersten, den hab ich nicht... Oh, du hast deine 200. Höllenfledermaus besiegt. Glückwunsch. Cool, ne? Bin stolz auf dich. Ich auch. Also, ich hab bald ein Steak 900, also Steine weg. Hm. Hm. Wir können ja machen, bis das erste Haus kommt. Und dann sind wir eher am Arsch, weil es bis dahin nicht tot ist. Weil wir es bis dahin nicht tot haben. Oh, hier fallen so Dschungelschleime gerade den Himmel runter. Okay. So. Ne, das ist... Ach, komm, scheiß drauf. Also, Kackvieh. Ach, ich hasse... Du bist auch ein Kackvieh. Geh sterben. Geh sterben. Oh. Geh sterben. Danke. Ich mag das, wie die Imps einfach nur verwirrt rumstehen, wenn der... Mein Imps die in Flammen gesetzt hat. Ich kann nur so... Äh, was? Ich finde, die Spitzsacke sollte mehr Schaden machen. Einiges sollte mehr Schaden machen. Und warum müsste ich da nicht immer drauf wechseln? So. Jetzt muss ich hier mal den Malheur wieder ausbessern hier. Dein Malheur. Hm. Oh, jetzt ist hier schon wieder so... Ich glaube, wir haben zu weit unten gebaut. Ja, höher hätten wir die Decke immer wegmachen müssen. Stimmt. Auch kacke. Ja, eben. Gott, ich bin nicht mehr in der Calming Potion Range. Die ist ja auch weg. Achso. Jetzt sind sie wieder da. Ach, da bist du ja. Och, da bist du ja. Vielen Dank.